Der Oberndorfer Hersteller Heckler & Koch darf Waffen in Höhe von 4,7 Millionen Euro exportieren. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge hat der Bundessicherheitsrat die Ausfuhr von 48 Granatmaschinenwaffen, 1600 vollautomatischen Gewehren und 100 Maschinenpistolen an den Oman genehmigt. Weitere gut 1600 Waffen und 88.000 Schuss Munition sollen unter anderem an Indien, den Libanon oder Jordanien gehen.